Dieses komische Gurken-Sushi-Video hat einfach 3 Millionen Likes. Ich will jetzt einfach wissen, ob das geil ist. Also, Gurken in Schneidenscheiben. Ja, geht ja besser, als ich dachte. Okay, ich nehme alles zurück. Doch ganz schön beschissen, Alter. Vicky, Alter. Flacher Pickle Rig mit Robert Zemandowski. Abtrocknen. Heute mehr rette ich die Welt. Das war ein bisschen viel, vielleicht. Fresh Avocadoo. Wie soll ich das denn zusammenrollen? Chilliger Lachs. Uff, weil haben wir ja mal heikel. Irgendwie funktioniert. Ich bin gespannt wie ein Flitzehoden. Ich muss sagen, es ist gar nicht mal so hässlich. Ne, Vicky? Na, du Sojasoße. Hm, ist geil. Ohne Scheiß. Richtig geil. Auch für den Sommer, perfekt.